so jetzt gucken wir nach um kühlen wieder versprochen jeder für um so ist manchmal hier gucken ja rote pilze das sind cool so hier ist schon mal kohle das sieht auch irgendwie cool aus hier so einfach mal mitten in der landschaft steine nur eigentlich sind die ja immer unter der erde das ist fertig so ein paar mehr schnell die kohle ab ii dann müssen wir noch eine kuh finden so jetzt ist wieder tag weil ich hab keinen bock abends irgendwas abzubauen oder zu suchen so wo sind jetzt hier weitere Kühe gucken wir mal hier hinten hin sind nur schlafen schaafes schaafes da sind kühle so gib mir den jetzt ist mir jetzt egal jetzt mach jetzt alle Kühe töten so so ich weiß da unten war gerade kohle da aber 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 alter scheiß wasser scheiß wasser okay das reicht jetzt ich bin hundert fünfzig meter von mein haus entfernt Eier geht ja gar nicht doch geht schon aber Max Salz dann mache ich mir jetzt um die Scherb dann mache ich noch um um Bücher Bücherregale werden ich bin in Bücher und ich mache mehr Pelzsuppen ich hab ja ähm ich glaube 13 oder 12 braune Pilze ich hab jetzt vier rote so dass unser Haus wieder sieht irgendwie klein aber so wie man das nennt die sie so und gehen wir wieder rein dann tust das da rein das da rein Papier Papier so hier von vier noch habe ich an die Schüsseln mehr reichlich zwei Bücher nur die so oder machen jetzt mal Schüsseln 4 und 4 reichte ja so Pilsen das tue ich alles mal hier rein da sind noch vier drinnen 18 18 10 10 da kommt auch gleich 10 da machen wir hier 12 das eine raus sind auch 12 und da oben noch eins Steaks raus holen die Steaks so bisschen da gemacht das da rein so wie viel Schwarzpulver haben wir jetzt oh genügend gut dann brauchen wir Sand wer wisst schon um um was man mit Schwarzpulver und Sand machen kann natürlich TNT das soll mir gleich ausprobieren gut aber wir probieren das in der Höhle aus nicht hier oben so wie war das denn nochmal ich glaube so so 2 TNT Samt Tusch da rein ein TNT da rein da brauche ich 3 3 3 davon 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 ja ich glaube hier so schraub mich mal hier rein ne das ist dumm hier so TNT 1 5 6 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 und das war schon mit TNT dann gehen wir wieder nach oben muss ich jetzt da so man kann ich mich mal hier hoch so dann hier hoch habe ich nicht mehr habe ich nicht dabei ich dachte wir hätten nur noch um Samen dabei er hat und es gibt kein Samen jetzt aber einmal drauf gesprungen schon weg und so man das war immer was wechselt wachsen ich tue mal um mal gucken ob das was nützt jetzt habe ich so wenig Erde Busch gerade ab so so dass es bisschen schöner aussieht hier und das zu starken nein daher und dann die plünen um morgens mal an mein Brunnen so keine Ahnung was soll genau schon bei mir die so 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 so